Irgendwie Sag mal, habt ihr ne Ahnung wann dieses Heal spawnt? Ich weiß es bis heute nicht Nach 3 Minuten Nach 3 Minuten, ja? Hört Keine Ahnung, war geraten Wieso achtet man darauf nicht? Hä, wer braucht denn, wir brauchen das Heal nicht? Ich glaube aber nach 3 Minuten Weil, wieso hat mir Wieso hat mir letztens so ne geniale Idee so gesagt und das zu timen? Ich habe es noch nie gemacht in meinem Leben Das ist ne gute Idee eigentlich Wieso? Der timet das immer Wieso das sagt, dann ist es nicht gut Doch Wie lange ist das down? 90 Sekunden oder das? Ja genau Deine Mutter ist schlechter als ich In einer Kiste Das stimmt Hab ich ausprobiert Ja, die hat es nicht so drauf Interessant Läuft schon bei euch so Hä? Ja Oh mit Boots gestartet Oh mit Boots gestartet Ups Wollen wir noch eins machen? Ne ne? Weiß ich nicht Ne das nicht Wir sind zu tryhard und pushen Hast du das bekommen? Nein Oh shit Ich glaube Ich glaube Ob ich die Bot-Came müssen wir warten bis Level 6 Ob ich Gnar hat halt seine Range Wenn er gleich dick wird Wenn er gleich dick wird Dann hat er keine Range mehr übrigens Ich weiß Sag ja Hab ja gesagt Er wird dick Die kommen Bot, die kommen Bot, die kommen Bot, was machst du da ganz hinten? Hm, bisschen pushen Haben die Haben die Die haben gar kein richtiges Catch Potential oder? Mit Braum? Ich weiß nicht Ist der mega? Mega Gnar? Der ist mega übertrieben Na alter Jetzt pushen die zu dritt Die pushen jetzt zu dritt unten Das machen die Wenn er da ins Penis ist Ja genau Lass mal pushen Kommt du nicht Wir pushen top gegen ne? Aber du hast ja Smite Also kannst du ja nicht behalten Hast du gesagt Kann ich ja nicht Ja ist ja gut Ist ja gar kein Problem Da haben wir das auch geklärt ne? Ich komm wieder rein auf ihn ne? Komm wieder rein? Na jetzt ist Lissandra oben Das wird sich auch passen Ja genau Hör auf die kommen dann zu dritt top ne? Laufen wir weg Also ich kann da nicht weglaufen Das ist genau dasselbe Wie bei mir jetzt gerade Ich bin auch immer weggegangen Das hätte ich auch können Kein Unterschied Lass mal Gollums machen Wir hätten die alten Tower pushen können Und dann richtig viel So denen missen lassen Naja aber dann wären wir glaube ich gestorben Wir hätten auch einfach nach unten rauslaufen können Keine Ahnung Das ist voll lustig wie sie zu dritt immer farm War lustig Oder meinst du nicht dass wir einfach hätten pushen können Und dann nach unten Ich denk nicht Ich weiß nicht Weil die haben über das sketch Denken Wenn die Sand Weil das glaube ich unlucky geworden Und Brom nimmt den Altar von den? Lüsen den soll ne? Kann ich die Apotheke haben? Jaa Wollte nur ein bisschen healen so Ah you sure you're not in the wrong V Ah you sure you're not in the wrong V Ah you sure you're not in the wrong V Ah du Hust Das ist ja in den Dschungel macht Kannst du smiten? Jaa Smite uns Smite uns Jaa Kale ist doch da Wut egal Kale ist da? Ok sag ich ja Aber wir haben den schon gut gebasst Ich hab das wieder E Können wir da rein? Ja klar Könnt's sein dass die Pfannen von da oben kommen Kurze Arme keine Kekse Was? Keine Kekse? Ja genau Was mit Keksen? Hast du die da aus der Kekshose geholt? Soll ich Flash EQ auf ihn machen? Ne triffst du ja nicht Die hat rein ne? Jaa Bei der steht aber schon mal ganz schön weit hinten Ja weil du Mist bist Ja wer von denen ist denn der Master Boy Boy? Boy Boy Jaa der hier Swiss Swiss? Der Swag Swiss Hä? Wenn du reinkommst geh ran ne? Dieser Swiss ist doch niemals Master Doch Der ist Master? Ja Wollt ich in Solo Cure Doch in Solo Cure Und die hat rein gestompt Der hat bestimmt übelst Luck alter Ja das ist so ein Typ der die Tanks vorkost und Einer unserer Master Spieler Der ist gut Der ist gut Lass mal Gollus nehmen Derenolta 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 Ja ja beruhig dich Derenolta 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 Jaa Hast dich jetzt beruhigt? Ne Haben wir auch nicht getrunken Beruhigt hab ich mich jetzt auch nicht? Ihr kennt der Berg das sind meine Hier Erfahrung leaschen was soll das und dann nimmst du den auch noch Mann Sorry Was machst du Heisenberg? Ey wo? Ehrlich? Was soll das? Echt? Bin ich gebanscht? Die Apotheke hätte es nicht mehr lassen können Ja das war ja zu spät Warte und viel Spaß bei den Wölfen Ich danke dir ehrlich haben Soll ich schön grüßen von dir? Ja schöne grüße Müsst du ja auch noch mal ein Bitchlag geben hier? Du überwähl dich nicht Ja das war Andaki wie Solo-Q Was hat er gemacht? Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht ich schwöre Du hast irgendwas komisches gemacht? Nein ihr habt keine Beweise Doch Doch Du hast irgendwas gemacht Ich bin mir ganz sicher Irgendwas hast du gemacht Ich hab gar nichts gemacht Klar hast du was gemacht Ich hab keine Beweise Doch Nein Keine Ich hab jetzt gerade nicht hingeguckt Als habt ihr keine Beweise So mein Kaffee hab ich jetzt getrunken Du weed hab ich mich jetzt nicht Vor allem ich muss das immer zweimal drücken Weil die F9 Taste immer diese Bug Taste hier ist Wo man so Das ist schon das ich jetzt raus aus dem Game bin ne? Ja bis zu eh ne? Spiel aber die erste Level 6 ne? Also du bist immer noch Irgendwie so knab bist du immer noch erhärt find ich Der somewhere suckt mir einfach dicke schwarze Balls man Weißt du will er mir die ganze Zeit nicht bei den Wölfen helfen Na dann kommt der an und klaut kurz den großen Wölf und geht wieder weg Das hat er also gemacht Oh somewhere das tut mir aber so leid Oh somewhere hat kein Flash mehr Müssen wir wieder in Solo-Q-Wine gehen? Joa müsste ich bitte Okay Die A3 läuft also bei dir Also bei mir läuft die A1 auch Verpiss dich Ey ich helf dir Wann nimmst du den? Das war aus Versehen Den wolltest du auch gerade nehmen ne? Das ist eben auch aus Versehen Ja also das haben wir Flashed einfach weißt du Würde ich sowas machen würde der übelst ausrasten ne? Die kommt doch 100 pro Jahr alle botten schon wieder oder? Ja hoffe ich doch Ist mir egal Ich farm das jetzt da Ich bin hier seit unten echt Brauch nur Besten bekommst du aber nicht die AP alter Die gar nicht verdient Ich hoffe man könnte das sagen so Dass die nur auf einen Account gehen Bei diesen 6 ne? Ja wirst du mal nicht AFK gewesen Oh shit Hättet ihr mir beide mal nicht die Wölfe geklaut Ja wirst du mal nicht die A3 Das hat hier nichts mit zu tun Klar Echt meinst du ich soll einfach mal reingehen und dir First Blood geben? Könntest du ja? Geh mal rein Mach das ne? Mach Ne ihr seid ja da Dann bin ich nicht Ja du Okay Wirst du nicht zu effizit bist? Boah Entschuldigung Boah der ist dick Huh Die ultien dich Du Negers alter Unlucky Gut sonst haben wir ja jetzt bin ich auch AFK So hoffentlich verliert der das Okay So bist du in 10 Minuten ne? Hm Weißt du ich mach Spaß geht 10 Sekunden AFK und komm wieder Tja unlucky Du hast vor allem die ganze Zeit noch am Computer Kannst du die oben halten so irgendwie? Versuchen Aber wenn der genau groß wird mich tot Ne Ich mein wir gewinnen das eh easy 2 gegen 3 aber Meinst du? Ja ja easy Ich bin übel an der Level ne? Die sind richtig schlecht Die sind richtig schlecht Und ich Levels Wann bin ich demnächst Level 10 Okay wir haben das oder? Easy Okay machen wir Den CC bringst du und den Damage bringe ich Genau Ich werde einfach roll in gehen und du clearest sie auf Ich werde einfach roll in gehen und du clearest sie auf Die verlieren und immer massig leben bei den Godos und so Ich hoffe das reicht jetzt Ja Ich brauche nur meinen Nashors dann können wir fighten meinetwegen Dann racken wir die 2 gegen Dings Du willst auch meine Hydra Und die runter? Nee Dann hast du noch oben Brauchen können Ne Brom ist auch oben Ist er immer noch oben? Ist er da drin oder weh? Ja ist er Gut Kann ich mir die Wölfe von den gönnen Warte komm hoch komm hoch die sind überall aus Position gewesen Der Brom hat halt keinen Flash Das ist gut Auf den Brom oder auf wen? Oh Gott Oh Gott Ne das war nicht gut Die sind direkt beide hier gewesen auf mir Da hätten wir direkt reingelassen Ja Ja Bisschen schlecht irgendwie Hatten wir schon mal ne? Tja Mal gucken Aber wir gewinnen es noch Kannst mir glauben Das wird easy First Nick Wir hätten glaube ich nur nicht fighten sollen gerade Hätte ich Nashors gehabt hätte ich den Brom ins und down gehabt wahrscheinlich Ah Aber ich mach halt noch kein damage Thunderstop Kannst du das äh clean? Der Tower ist weg Weil die Flacetank drin einfach Achso Scheiße Mal gucken Nashors noch 1000 Goldsäger Wir gehen zur Spider Machen sie die auch Sandra kein Flash mehr Die Sandra hat einfach geflasht vor mir weg Vor dir weg? Ja Wieso das? So Keine Ahnung was das für ein Flash war So An Eye for an Eye Ja Pass auf ne Er wird nicht richtig spielen Er wird rollen denke ich Naja Denke ich auch Denke ich auch Was 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 Hm Noch Kriegen Und ich brauche halt noch meine Nashors dann fighten Ich merke schon den Damage den ich mache Der hat jetzt auch keinen Flash mehr Sie haben beide keinen Flash mehr Sie haben beide keinen Flash mehr Die Sandra hat halt keine Ulti mehr Ich glaub schon das wird jetzt Dass ich die ownen könnte Aber wenn die jetzt alle so dritt kommen Bin ich am Arsch In der Huhn jetzt habe ich ihn erschossen Jetzt kann er zu Beginn Der Anticke weckt Ich kann glaube ich noch die Top Wave nehmen, dann habe ich Brutalizer Oh shit Was ist der da? Nein Nein, nein, ich wollte nur die Top Wave Tataa kann man nicht kriegen, ne Ne, lebe ich nicht Meinst du die kommen für mich? Ne, ich glaube nicht, ich glaube die sind mir in Richtung der Jungle gefollowed Das ist ein genauer Raum Oh Gott, die Spyder mehr Aufpassen, die kommen hoch dann ne So ewig gezahnt immer, ne, keine Chance Hm, wäre ich ein bisschen, ich will jetzt aber auch keine Mercury's Boots gehen, das lohnt einfach nicht Krieg so wenig damage raus Hm 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 aber schon krass dass es so reicht trotzdem obwohl die machte am salok also der eine ist master im salok schon ok eins zu eins und stehers auf der counterpitch das ist unglaublich dass man sich so für die tanken kämpft einfach weil man fightet die geben aber auch viel gold da kann man ja sagen wir haben wir nicht angenommen bekommen obwohl ich mich darauf backpott also mit backpotten und die kommen nicht für mich ich habe mir einen red bot gegangen das ist nämlich damage in 50 am oder genau da ist er worden 300 gold für uns Oh yes, diesmal anschautet mich keiner hier Man darf das Respekt in den Tournament gleich mal ausnitzen Oh yeah Ich hab kein Ult hier, ne? Ich denk den da auch noch, sonst bin ich raus Ah, shit Hätte ich meine Ulti abbekommen in dem Moment Ja, ich hätte gleich, also ich hätte jetzt mit der EQ-Komo wieder rausgekommen, so Durch die Lissandra durch hatte ich gehofft, aber dass sie mich mit dem Q-Türtel waren Ey, das war so close, hätte ich meine Ulti noch aktiviert bekommen, ne? Ja, 3 Sekunden lang Hätten wir beide überlebt, hätte ich den, ähm, den letzten Towershot nicht bekommen Na Geil, jetzt geht's ab Auch so übertrieben gefeedert Wo ist Level 16, 3 Sekunden, läuft Läuft auf jeden Fall. Das andere spielt eigentlich so dafür, dass sie einen 3er spielt. Das spielt sicher nicht so gut. Auch wenn sie jetzt Freekiss bekommen hat. Nimm einen Alter wieder, ne? Mhm. Ja, der Dammage läuft schon mal. Ich bin auf dem Weg. Ach so Scheiße. Komm, ein Auto hört, oh fuck. Der Stunner ist einfach zu hart, man. Oh oh. Genau. Oh, das Brom Passive geht echt nur durch. Ey, der CC ist voll hart bei Brom, man. Wenn man das richtig timet irgendwie. Äh, das ist krass, wie oft man jetzt sandt ist. Hm, ach, 3 steht D. Das ist gut, Kiss. Ich glaube, wir werden 3 gegen 3 fighten. Das war's für heute. Oh, die kriegen mich Nein, dann geht's noch rüber Hm Pushen top, ne? Weiter buff, ich pushen Das dürfte ein Inhab sein, irgendwann, lol, die sind immer noch top, ne? Alle drei? Da ist ein Knast, zumindest, Brom auch, die hat keine Ulti, also, was soll die machen? Aber sollte nicht haben Ne, ne, so ist sie auch nicht Kannst du wirklich erstmal den Knast, 1v1? Ja, ich finde schon Lass ihn ja nicht weg Gegeee Interessantes Game auf jeden Fall Passt Das war's für heute.